Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 61.100 US-Dollar. Wir haben unser tieferes Tief hier nochmals über die letzten zwei Tage bekommen. Eigentlich genau das, was wir nochmal vorausgesagt haben mit einem tieferen Tief. Das Problem ist, wir haben nicht wirklich Power jetzt die letzten ein, zwei Tage bekommen. Das heißt, wir haben schon ein tieferes Tief mit der Bullish-Divergence, die ich eigentlich haben wollte. Aber so richtig gefällt mir das noch nicht. Ob wir jetzt noch hier eine kleine Long-Position starten könnten oder wollen, schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video an. Wir werden natürlich auch auf Ethereum, auf die Stock-Märkte, auf Gold und auf den Forex-Markt gucken. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir wieder starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos in der Videobeschreibung. Es gab wieder ein kleines Altcoin-Update-Video am Mittwoch. AI-Tech, schaut euch das gerne an, auch zu finden. Und könnt ihr übrigens auch bei BingX kaufen. BingX Partner Exchange, Link dazu unten in der Videobeschreibung, wenn ihr Bock darauf habt. Heute Nachmittag kommt da noch XRP. Ist ja wieder Freitag. Ja, auf jeden Fall Bitcoin bei 61.100 US-Zoller circa. Ihr seht es hier, wir bilden weiterhin tiefere Tiefs. Haben natürlich hier auch eine Bullish-Divergence, mittlerweile sogar eine etwas größere. Ich traue mich hier nur noch nicht wirklich in die Long-Position rein. Das Erste ist, wir haben Freitag. Wir kriegen heute noch Arbeitslosenzahlen. Ich glaube, Non-Farmant-Payrolls stehen, glaube ich, auch noch an. Ist mir alles ein bisschen zu riskant. Natürlich kann es, wenn wir jetzt nicht Long gehen, natürlich später dann explodieren. Ist eine Möglichkeit. Kann aber auch komplett in die Hose hingehen. Gehe ich freitags ungern in Trades. Ich warte eher lieber auf Montag, Dienstag. Und ich glaube, das werde ich auch erstmal so belassen. Wer will, kann reingehen. Problematisch ist halt, ihr müsst halt jetzt mindestens schon mal einen Risk. Also das heißt, unter das Tief von 2,21. Und mein Step wäre eigentlich gewesen, sogar unter 58k zu gehen. Und das sind 5,48%. Das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen too much. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Bewegung hier abgeschlossen ist. Also unser tieferes Tief haben wir bekommen. War leider zu einer Uhrzeit, wo ich auch gesagt habe, okay, da war ich pen. Oder es war, glaube ich, mitten in der Nacht. Deswegen bin ich auch in keiner Position. Und Limit Orders mache ich momentan nicht bei Bitcoin. Können wir davon ausgehen, okay, wenn jetzt dieser Up-Move kommt nach oben hin. Dass wir sehr, sehr wahrscheinlich dann sogar hier in dem Bereich der 64.000 US-Dollar vorschlagen. Beziehungsweise haben wir ja schon am Mittwoch darüber gesprochen, dass diese Box hier bis knapp 65.000 US-Dollar unser Short-Bereich werden könnte. Für die nächste Woche dann, wo ich davon ausgehe, dass wir wieder etwas runtergehen werden. Ansonsten sollten wir wieder erwartend im Laufe des Tages doch nochmal einen Damm kriegen. Und da rede ich dann wirklich von 58.000 US-Dollar. Also hier wirklich hier runter nochmal diese Preisbereiche hier unten antesten. Vor allem auf dem 4-Stunden-Timeframe macht das Sinn, weil wir hier unten noch diese Ineffizienz haben. Plus wir haben hier noch eben diese 4-Stunden-Demand-Zone. Also sollte es, ich erwarte es jetzt ehrlich gesagt nicht, ich erwarte damit nächste Woche erst so ein Move. Dann sieht die ganze Sache anders aus, weil dann werde ich wahrscheinlich hier unten dann noch eine Long-Position vor dem Wochenende eröffnen. So viel erstmal zu Bitcoin. Mehr gibt es eigentlich gar nicht zu besprechen, weil die letzten zwei Tage eigentlich nicht wirklich viel passiert ist. Gehen wir rüber zu Ethereum. Hier gleiches Spiel, nur hier haben wir nochmal einen deutlich stärkeren Abverkauf sehen. Und das ist mir jetzt auch so ein Punkt, der mir jetzt gerade ein bisschen wichtig ist. Ich habe es nämlich gesehen, ich habe vor zwei Wochen Nakamoto Games gekauft. Das Ding, zwecks Altcoins jetzt aber allgemein, war 40% im Plus. Jetzt war es gestern zwischenzeitlich sogar mal ein Minus. Also Altcoin-Markt ist sowas von unstabil momentan. Es ist immer noch absolut riskant, hier in Altcoins einzusteigen. Und das sieht man jetzt auch bei Ethereum, extremer Abverkauf. Während wir bei Bitcoin, nochmal zum Vergleich, eher so eine kleine Seitwärtsphase, natürlich mit tieferen Tiefs gesehen haben, haben wir bei Ethereum aber nochmal deutlich tiefere Tiefs gesehen. Also da sprechen wir hier nicht mehr von 2412 als nächstes Tief, sondern wir sind hier auf 2300 US-Toller runtergefallen. Das war auch so erstmal mein Step. Trotzdem Altcoins momentan irgendwie auch zu traden, beziehungsweise irgendwelche guten Einstiege zu finden, ist extrem schwer. Ja, vom Golden Pocket her macht es jetzt ein bisschen mehr Sinn, bis auf 2500 US-Toller zu steigen. Trotzdem, ich warte hier. Und vor allem bei Ethereum ist so ein Punkt, würde ich sogar lieber nochmal ein tieferes Tiefs sehen auf 2250. Einerseits um die Wicks zu holen, einerseits um die Pivot zu holen. Um dann erst nochmal einzusteigen. Könnte eine Alternative sein, das würde ich auch Bitcoin nochmal ein bisschen tiefer sehen. Ich glaube es ehrlich gesagt momentan noch nicht, aber trotzdem. Ihr seht, der Altcoin-Markt ist auf sehr, sehr dünnem Eis momentan gebaut. Jeder Pump, den wir kriegen im Altcoin-Markt, sobald Bitcoin sich 5-6% ins Minus bewegt, sehen wir genau teilweise zwei-, dreifache an Minusbewegungen wieder zurück. Also absolut dünnes Eis. Gehen wir rüber zu Gold. Da hatten wir auch so einen kleinen Dump. Ich warte hier noch auf unseren Short-Einstieg. Es sieht momentan gar nicht so schlecht aus, dass wir uns so langsam hier in Richtung 2690 bzw. 2722 US-Toller bewegen. Also auch hier gilt es momentan nicht zu überstürzen. Wir haben die Long-Position weiterhin noch offen. Wir warten hier einfach noch ab. Wir haben keinen Zeitdruck hier, um irgendwelche Positionen eröffnen zu müssen. Wir warten ab. Momentan sieht es gar nicht so verkehrt aus. Dann DAX. Auch noch zu erwähnen, hier haben wir unser Doppeltop nicht geholt. Wir haben die Ineffizienz natürlich aber auch nicht gefüllt. Könnte jetzt aber auch heute mit den Zahlen aus den USA, wie gesagt NFP und Arbeitslosenzahlen, könnte uns das vielleicht noch ein bisschen in die Karten spielen, dass wir doch noch hier eine Erholung sehen. Erstmal jetzt im Laufe des Tages vielleicht noch die 18.9 als möglichen Puffer. Aber eventuell, wir haben ja auch noch eine Long-Position hier offen, werden wir die Long-Position nochmal verdoppeln, weil wir ziemlich weit unten eingestiegen sind. Ich glaube, wir hatten unseren Entry, ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, der war hier bei 18.200 Punkten. Müsste jetzt aber nochmal nachgucken. Aber eventuell werden wir die im Laufe des Tages nochmal verdoppeln, weil wir hier jetzt stärkeren Support haben. Wir haben die Lücke, die es hier noch zu füllen gibt. Auf den kleineren Timeframes könnten wir dann auch noch füllen. Also passt schon ganz gut hier für mögliche Long-Verdopplung und dann hier oben natürlich dann die Short-Verdopplung einplanen bei knapp, was haben wir gesagt? Ich glaube, 19.500 Punkten. Genau. Ja, dann last but not least Euro gegenüber US-Dollar, der ja ordentlich unter die Räder gekommen ist. Wir haben hier noch eine Long-Position offen, die werden wir jetzt auch wahrscheinlich dann verdoppeln. Also Long-Position bei Euro, US-Dollar werden wir jetzt auch hier im Laufe des Tages verdoppeln. Und ja, Ziel ist dann auf jeden Fall weiterhin die 1.12.4 bzw. 1.12.7, um dann möglich auch in einen Short-Trade eingehen zu können. Ansonsten war es jetzt kurz und knapp so das Wichtigste für den heutigen Freitag. Wie gesagt, später kommt noch ein XRP-Video, weil es ist ja XRP-Freitag. Da gibt es auch ein bisschen News sogar. Deswegen bleibt auf jeden Fall gespannt. Ansonsten Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Wir hören uns auf jeden Fall dann, denke ich mal, morgen wieder. Und ansonsten einen schönen Start ins Wochenende, lasst es euch gut gehen. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.